Oh ja ja, 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 nice. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge Road to Winstreak, und zwar Road to Winstreak 7 habe ich das Ganze mal genannt, und zwar möchte ich eine 7er Winstreak sehr gerne schaffen. Da habe ich mir jetzt so überlegt, eine 7er Winstreak zu schaffen ist ganz geil, wir haben eine jetzt geschafft, hoffentlich folgt jetzt die nächste, also der nächste Sieg, hätten wir schon mal zwei, was ich schon ziemlich geil fänden würde. Ah, da bohrt schon einer straight zu mir rüber, aber sofort mal hier gucken, dass wir den ausschalten gleich. Äh, Hanisch, schon mal, Schwert schon mal, und äh, gut, ey, warum will denn der sofort zu mir kommen? Das finde ich persönlich ein bisschen scheiße gerade, fühle ich mich persönlich angegriffen von dir. Ja, okay, er bohrt sich gerade hoch. Das soll ich auch machen. Machen wir auch mal. Er fällt. Meine Chance, sehr gut, bitte können wir erstmal außen vor lassen gerade. Wir holen erstmal den Typen jetzt hier. Aua. Er war schon halt noch umgebaut, das stimmt. Wupsi dobsi. Nicht runterfallen. Geil. Er hat keine Steine, er hat auch keinen Weg, auf jeden Fall. Deswegen muss er jetzt flüchten, wohin? Natürlich ins Nirgendwo. So, wunderbar. Ich hoffe, unser Bett steht noch. Unser Bett ist hoffentlich nicht gefallen. Ich hab keine Ahnung, welches mein Bett ist und welches nicht. Ich bin pink. Oh, ich bin pink, schön. Ich freu mich, pink zu sein. Pink ist schön. Aber alles safe bei mir, auf jeden Fall. Hm. Wir müssen mal hier so ein bisschen einen kleinen Weg bauen. Ähm, ach komm, scheiß auf den Weg, ganz ehrlich jetzt. Haben wir schon mal einen erlegt, auf jeden Fall. Schon mal sehr, sehr gut. Ich mach mal kurz so ein bisschen hier hoch. Ach komm, Wasserdroppen ist auch scheiße, glaube ich. Ich bin ja kein Wasserdropper. So, dann haben wir schon mal hier. Meisterpropper bin ich natürlich. Meisterpropper, aber nicht verwechselnd Wasserdropper. Bisschen nicht verwechseln. So, okay. Behalten wir mal so den Stuff erstmal und gehen mal in die Mitte. Gucken wir mal, was so geht in der Mitte. Geht nicht allzu viel, aber einer hat natürlich auch schon gleich einen Bogen und so. Natürlich ultra geil. Weil, also wir haben jetzt wenig Chancen durch den Typen, der natürlich jetzt sofort rushen wollte. Mam, 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 mam. Okay. Ach, komm schon. Aber ja, die Mitte hat für uns. Finde ich sehr cool. Aber ohne Stuff. Woher kam der denn? Da ist, oh, der hat einen Bogen, der Rote. Hat aber ansonsten nichts. Das kann vielleicht ganz gut enden. Wir haben schon fünf. Okay, ich geh mal nach Hause. Denn mehr brauche ich erstmal nicht für einen Bogen. Äh, ich kann mir gleich nochmal in die Mitte ein bisschen Dingens holen, auf jeden Fall. Ich hoffe, er punch mich ja nicht runter mit dem Pfeil. Gerade, der macht dann nämlich nicht. Finde ich sehr gut. Da muss man mal eben kurz einen Bogen. Einmal klack, einmal klack. Kommt das schon an? Gibt ganz gerne ein bisschen Warp Powder. Also, ich hab den Kommentar bekommen. Ich soll den besten Hanisch nicht benutzen. Und dann tun wir dies auch mal nicht. Keine Ahnung. Er meint, wir sind irgendwie nur so... Oh, wir haben nicht genügend dafür. Alles klar. Das sind nicht genügend Prozente. Irgendwie die Prozente lohnt sich nicht. Ähm, von da nach da zu gehen. Scheiße. Ich den nicht treffe, weil ich zu doof bin. Hast du einen Bogen? Hoffentlich nicht. Er macht einen Abgang. What the fuck? Ich wurde auch gerade getroffen von irgendwoher. Von ihm wahrscheinlich. Ah, mein Warp Powder. Schon mal sehr gut. Na ja, ich komm so... Brauche ich mich mal kurz zurück. Aber eine Furue geht vielleicht sogar noch. Ach komm, weißt du was? Da kommt der wieder. Reicht mir erstmal. Und erstmal zurückgehen und... Schon mal ein Eisenschwert holen. Nicht daraus, sondern daraus. Perfekt. So. Und dann ich auf jeden Fall mal das hier. Und mach mir mal ein paar von diesen, äh... Traps. Zwei Stück, um genau zu sein nur. Ja, was gab's noch für Kommentare? Also, das Format ist gut angekommen bei euch. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm... Machen wir halt die Winstreak zu, ähm... Ja. Zu sieben eben. Oh, oh. Aber er ist schon mal down. Auf jeden Fall. Finde ich schon mal cool. Da ist der jetzt in der Mitte. Natürlich ungeil. Ein, zwei, drei. Machen wir mal kurz zum Warp-Powder. So. Mh... Wir könnten auch da zum Nachbardorf gehen und dort eben gucken, dass wir... Wo ist... Oh, wow. Bitte nicht runter. Oh Gott, da kommen ja zwei grad an. Nein! Oh man, scheiße. Ja, Eisenschwert, bye-bye. Sag ich da nur. Hoffentlich kommt er grad nicht an. Kommt er nicht. Er hat natürlich die Mitte grad für sich. Was halt relativ scheiße ist gerade. Ich bin eigentlich derjenige, der die Mitte haben möchte. Und jetzt sollen wir unbedingt auch die schwache Rüstung machen. Also die Lederrüstung. Weil die halt eben auch 19% bringt oder so. Hab ich zumindest gehört. Irgendwie so zumindest. Machen wir uns mal ein bisschen was auf Reserve vielleicht. Müsste mich ein bisschen vorbeugen jetzt gerade. Weil bei den ganzen Leuten, die ja sind. Die alle irgendwie meinen. Machen wir mal so. Ja, ist grad um sehr, 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 sehr hartes Spiel auf jeden Fall. So. Weil der hat immer noch in der Mitte rum. Vielleicht können wir den trotzdem versuchen zu bekommen. Vielleicht schaffen wir das irgendwie. Weil er uns grad nicht sieht oder so. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Oh ja, ja. Nice. Das war orange. Und das ist orange, oder? Ja. Da geh ich mal sofort da Hallo sagen. Mein Bett ist noch da. Aber hoffentlich, wahrscheinlich nicht mehr lange. Wo ist der hin? Ah, das Bett ist weg von dem gerade. Oh nein, hab ich nicht aufgepasst. 30, Alter. 30. Hast du einen Bogen? Der blaue? Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich hab eh nicht so geilen Stuff dabei gerade. Können wir hier von hinten ein bisschen absnacken. Flieg rüber. Flieg rüber. Flieg, flieg. Lol. Schnell. Nice ass down. Aber das ganze Gold. Ach komm, wir machen jetzt kurz einen Prozess hier. Meine Fresse. Hat er noch einen Better-Typ hier? Wahrscheinlich, ne? Komm, schnell. Danke. Okay. Ah, lol. Ah, lol. 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 Wie ich sie nicht gesehen habe. Nein. Wie ich sie nicht gesehen habe. Ich dachte, ich ist so easy. Ich spiele gerade. Dachte ich gerade irgendwie. Ach, können wir rennen doch mal rüber. Komm. Er hat einen Bogen. Einmal kurz vor und zurück laufen. Und ein bisschen vorbeugen halt. Okay. Alles klar, lieber Kollege. Ich sag schon nichts mehr. Ah, es war minimal. Es war richtig knapp gerade. Er kommt zu mir. Schwert auspacken. Er kommt zu mir. Aber da sind noch ein paar Traps auf jeden Fall. Er läuft rein. Läuft in den Traps rein. Sehr gut. Er ist down. Oh. Nice Traps, ey. Dass ich daran gedacht habe. Kurz mal ein Hanisch. Und neue Traps machen. Die haben mir gerade den Arsch gerettet, die Traps. Ganz ernsthaft gerade. Popo par excellence gerettet. Da habe ich gerade nix mehr da. Nix mehr da. Nix mehr da. Jetzt hole ich mir den. Er craftet gerade. Oh oh. Nein, ich bin gestorben. Aber nochmal hin, oder wie? Nochmal, nochmal sofort hin vielleicht? Ich weiß ja nicht. Könnten wir eigentlich machen. Oder nochmal sofort hinlaufen zu ihm. Er kommt zu mir. Trappy Trap. Was will er jetzt tun? Das ist grün, ne? Das ist grün. Das ist ja scheiße gerade. Er fällt. Er fällt. Er fällt. Okay. Alles gut. Vorerst zumindest. Okay. Gut. Wir müssen jetzt mal ein bisschen. Müssen mal so ein bisschen hier jetzt Stuff. Mit Stuff versorgen. So. Wie einfach runterfällt. Da ist die Trap. Blau ist in der Mitte. Blau. Wartet mich gerade wieder gar nicht. Irgendwie. Blau? Blau? Okay. Alles klar, Blau? Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir hatten noch alles ein Bett. Blau, Grün und Pink. Rot ist auch schon tot. Gehen wir mit 6 Gold zurück. Wir sind Pink, ne? Ja, haben wir geil. Gut. Traps noch ein paar aufstellen auf jeden Fall. Wir können mal zu den Kollegen, zu dem, zu dem Kollegen gehen. Hier nämlich, der Kollege, ähm, also nicht der, der Kollege, ja. So. Perfekt. Und bauen wir uns mal zu dem kurz rüber. Noch einmal. Ähm, dann haben wir eigentlich nochmal, können wir eigentlich mal gucken, dass wir hier Dingens bekommen. Ein paar, ähm, Eisen. Aua. Da müsste nämlich noch einiges liegen, aber richtig viel müsste da noch liegen. Und können ordentliche Traps damit machen. Neun Traps? Reicht erstmal, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, wo die anderen alle sind. Also, Pink ist noch da. Ich glaube, wir haben jetzt gerade die beste, die beste Ausgangsposition. Mit den Traps vor allem jetzt. Die Musik, ne? So. Machen wir mal so hier. Okay. Da ist wieder blau. Blau sieht mich irgendwie nicht. Kann vielleicht 1,8er Bug sein. Das, das will ich jetzt gar nicht mal so irgendwie, ähm, aber irgendwie sieht mich blau nicht. Ich denke mal, es wird irgendwie der 1,8er Bug sein. Wo ist blau? Blau hat den Anschluss zu dem nur. Okay, dann ist das ein krasses Ding, weil grün wollte ich mich eben schon mal haben. Ich hole jetzt aber blau, weil blau mich nämlich nicht sieht anscheinend. Ich weiß nicht, was da los ist. Entweder sieht er mich nicht oder ist einfach zu doof. Für alles. Er sieht mich, okay. Ey, ey, alles klar. Also er ist einfach nur zu doof. Er kommt bis durch in die Mitte, aber das lassen wir gar nicht zu. Und machen wir jetzt nämlich einmal so. Einmal so. Und er ist da down. Gut. Er hat mich also doch gesehen, weil doch keiner ist 8er Bug. Aber keine Ahnung, warum zum Teufel er mich einfach nicht gesehen hat. Er hat sich einfach mehrere Male töten von mir. Und noch grün. Ist da. Ich mache mal einen Heilungstrank vielleicht und tun wir mal die Mitte. Dann können wir nämlich vorbereitet reingehen gegen grün. So. Mit 10 Gold ist schon gut. Dann können wir uns einen Stärketrank machen auf jeden Fall. Bis wir den Bogen gar nicht aufwerten, machen wir uns einen Heilungstrank auch. Und dann passt das, glaube ich. Kurz mal hier einen Stärketrank machen. Äh, hier. Und machen wir uns nochmal einen Heilungstrank. Den füllen wir. So. Ah Gott, komm schon. Ne, das Gold ist weg. Nicht ernsthaft gerade. Okay, geil. Da kommt grün angeflogen. Kannst du ja? Komm schon. Ja. Er fliegt nicht runter. Natürlich nicht. Aber ich habe mir auch noch einen Stärketrank. Und dann ist das bei der nächsten Mal. Okay. What the fuck? What the fuck? Wie? Wie er mich bekommen hat, trotz des Stärketranks. Er müsste gerade down sein. Relativ down sein. Der Bogen ist weg, alles ist weg. Wo ist der hin? Da noch. Er hat kein Leben mehr, auf jeden Fall. Ich hole ihn jetzt tot. Und scheißegal, nochmal drauf. Immer, immer, immer wieder jetzt drauf gehen auf den. Macht am aller... Ah, komm schon, es leckt immer so elendig. Nein! What the fuck, er ist schon da? Oh Gott, er ist schon da? Oh, Shreps, ich liebe euch, Shreps. Ganz ehrlich, es ist die aller geilsten Säue auf der ganzen weiten Welt. Traps for life, for real, ernsthaft jetzt. Traps for life, for real. Sag ich ja ungerne oder sowas, aber gerade ernsthaft. Traps for life, for real. Alter! Haben die mir gerade den Arsch gerettet, die Traps. So, und jetzt gehen wir zu Grünen. Und sagen dem mal Hallo. Und sagen mal Hallo, Grüner. Hat er Traps? Hat er nicht? Ja, aber er bekommt mich schon gut, ne? Der hat schon ordentlich Wumms drauf, der Grüne. Der macht das schon nicht allzu schlecht. So, aber wir machen nochmal ein paar Schwerter. Gerade mal so hier. Und legen mal drei davon weg. Und gehen nochmal rüber. Jetzt so permanent rüber gehen einfach. Einfach immer wieder nachsetzen, damit er die Mitte nicht bekommt. Und ja. Und so halt. Weil irgendwann ist er nämlich auch down. Hat er ja Traps? Er ist runter, ich auch. Mal was essen kurz. Mom, 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 mom. Gut. Du hast Kartoffel getötet. Der Name ist Changer, ne? Ich sag dir, der Name ist Changer ist richtig geil. Äh, wo muss ich lang? Da lang muss ich. Und wieder nachsetzen. Er hat natürlich nichts dabei gerade. Auch kein, auch kein Dingens zum, ne? Auch kein Dingens zum Abbauen des Bettes. Aber ist ja egal. Er hat noch keinen guten Stuff. Ist er da der guten Stuff? Ja. Nein! Alter, wie der mich immer wieder bekommt. Immer wieder bekommt er mich. Wie macht er das? Jetzt mal ernsthaft. Wie macht er das? So, noch einmal. Wir könnten auch in die Mitte gehen prinzipiell, oder? Ach komm, ein Try gebe ich mir noch hier. Mitte erstmal außen vor lassen. Ein Try gönne ich mir noch bei dem. Und jetzt rückwärts laufen. Er hat einen Knockback-Stab. Jetzt drauf schnell. Wir leben noch! Und wir sind runter. Nochmal kurz essen gehen. Jetzt kann er vielleicht die Mitte erobern. Dürft natürlich nicht zulassen. Nämlich sofort. Ja, ist auf dem Weg. Nämlich sofort hinlaufen. Ja gut, lieber Kollege. Gold kannst du super gerne haben. Aber da musst du mich töten dafür. Er geht zu meinem Bett. Dann gehe ich zu seinem Bett. Kann ich jetzt einen Warp-Powder kaufen. Was vielleicht sogar relativ interessant wäre für ihn. Das müsste er jetzt machen, wenn er überleben will. Macht er jetzt nicht den Warp, oder? Wie viele Tränke er hat, ne? Kurz mal hier eins davon gemacht. Ihr könnt jetzt auch sterben gleich. Scheiße. Komm schon. Bett ist kaputt. Muss der hin? Ich weiß es nicht genau, wo der hin ist. Ein Pfeil. Und davon eins. Bisschen essen. Alter, es leckt. Boah, Alter. Ja! 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 Oh, nice! Uh! GG! Zweite Folge gewonnen. Hau uns rein. Bis zum nächsten Mal. Hammergeil. Bis dann. Machen Sie es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.